Willkommen zu der Auflösung des Abstimmungsvideos. Hier sehen wir noch einmal die sogenannten Spiele, die zur Auswahl standen. Und zwar Walking Dead Sea, Call of Duty Black Ops, Sniper Diffie 3 und I Am Alive. Und fangen wir direkt an mit der Auflösung. Platz 5 geht mit gesamten Nullstimmen an I Am Alive. Platz 4 geht mit gesamten EINER Stimme an Call of Duty Black Ops 1 mit EINER Stimme. Auf den dritten Platz mit EINER Stimme. Sieh, auf den zweiten und auf den ersten Platz mit EIN und ZWEI Stimmen. Sniper Elite 3 mit EINER Stimme und The Walking Dead mit ZWEI Stimmen. Das heißt, The Walking Dead wird als nächstes Let's Played werden. Wenn jemand mit dieser Entscheidung nicht zufrieden ist, ich werde versuchen, zwei Let's Plays mal irgendwie hinzubekommen. Aber erst mal sehen. Wir sehen uns dann wieder bei The Walking Dead. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Wir sehen uns dann wieder bei The Walking Dead.